Machen wir es so. Okay, jetzt haben wir ein Problemchen. Es sind mehr als noch zwei. Es sind noch drei Stück. Okay, es stört sich kein bisschen. Okay, ich flieg ganz vorsichtig. Scheiße, es tut mir leid, Leute. Aber Laptop brauchen wir. Laptop brauchen wir. Na, super. Runter, 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 runter. Springen. Komm her. Komm fallen. Komm schnell. Komm gan. Na, na. Cheatlet. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Alter. So, jetzt müssen wir auf den einen warten. Wohin, warte. Warte, das funktioniert vielleicht auch so jetzt. Wenn wir da einen scheiß Laptop schon mal haben. Okay. Sieht den schon mal wenigstens keiner mehr? Oh Gott. Um... Um... Das haben wir relativ schön gelöst. Was willst du denn jetzt rollen? Stirb halt. Oh klasse, ein weiterer Hund in die Farbe. Na los, komm! Das haben wir nicht die Pisser wissen, wo ich bin. Scheiße. Das ist doch zum Heulen schon wieder. Äh, wo bin ich denn hier? Äh, wo bin ich denn? Das heißt, du bist der Motorrad. Wenn du die Pferde hast, hast du die Pferde gekauft? Du hast die Pferde gekauft? Das bedeutet, die Pferde gekauft. Und du kannst sie hier nicht erreichen. Und du kannst die Pferde wegwerfen. Und du kannst die Pferde wegwerfen. Und du kannst die Pferde wegwerfen. Du hast die Pferde gekauft. Du hast die Pferde gekauft. Das bedeutet, die Pferde gekauft. Und du kannst sie hier nicht bekommen? Nein, das ist nicht. Scheiße, Alter. Warum? Oknuri hat Gegner. Dage eine Pferde, die besser aus der Fabrik. Natürlich. Du kannst ihn nicht sehen. Die schlechte Pferde. Ich glaube, mein Abuelito könnte besser spielen. Und das, der seit 10 Jahren sterben ist. Auch dein Abuelita. Du hast die besser als sie. Ich glaube, du hast auch das Geld verloren. 200 Euro. Ich glaube, das ganze Spiel durchspielen, ohne nur einen Gegner zu holen. Es gibt nämlich einen scheiß Erfolg dafür. Der tippelt ja gerade auf seinem Handy rum. Der Arsch kommt nicht näher. Bei mir nehmen die Pferden. Ah! Good God! Das ist das für ein Müll, Alter. Seit wann sind Hunde denn für sowas... Seit wann können Hunde davon nicht attackiert werden? Was ist das für ein Bullshit? Seit wann kann man ein scheiß Köter mit sowas nicht flashen, Alter? Bescheiden dumm ist das denn, ey. Haftschocker, EMP, Haftschocker. Hätten wir mal drinnen. Jetzt wechseln wir zur Piste, Alter. Eindringen. Scheint ja relativ ruhig zu sein hier. Das SMI lag richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder auf SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Das Ding ist schnell. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt es Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Opset. Die Sageräteschuppen beim Pool zieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es. Vielen Dank. Und schön dennoch. Kannst los. Stromversorgung unterbrechen. Sei ruhig, du Affe. Sei. Ruhig. So. Die können nicht zufällig. Dann haben wir den nächsten schon. Okay, sind alle unten. Fuck it. Okay. Wir haben den. Den wir nicht sehen können anscheinend. Scheiße, da hinten ist noch ein Dritter. Da kommt Nummer 4. Scheiße, da hinten ist noch ein Dritter. Scheiße, da ist noch ein Dritter. Scheiß köse hat die Fresse. So, ich habe noch. Okay. Kommt noch einer hier hoch? Wo muss ich hin? Da unten muss ich hin. Fresser! Was gefunden, Kleiner? Meine Fresse, Alter, ey! Das war nicht mein Plan. 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 Das war nicht mein Plan.